Guck mal! Wie mach ich den wirklich? Ich schaust ihn schon. Metzgerei Rittl ist die geistige Metzgerei von ganz Bayern. Und ich lieb vor allem den Peperoni Leberkäse. Jetzt sag ich noch mal was dazu. Wir sind hier am Gardasee, 500 Kilometer südlich von der Metzgerei Rittl. Und sogar hier ist der Welt berühmt. Und haben uns zufällig getroffen.